hey leute willkommen zu einem video ja in diesem so dass das video jetzt auch nur so spät kommt in diesem video werde ich okay wenn ja jetzt heute ich bin jetzt ja leute wir wollen jetzt so ein pet simulator spielen machen wir tun etwas leiser leute ich warte bis er hier spawnt hallo hier ja leute sind wir zusammen als das zuschauer von mir ich habe gerade nur zufällig gesehen dass er online ist und dann hat er mich gefragt ob er also hat er gesagt er hat mich gefragt wir mal zusammen spielen können ja ich habe nicht bereit oh mein gott leute nein er hat mir jetzt nicht ernst saft oh mein gott leute ich habe keine ahnung wie danke gerade geschrieben wird leute ich weiß es weiß ich bin gerade etwas aus von mir oh man ist das geil ja ich gebe dir jetzt meinen bunny bereit oh mein gott oh mein gott oh mein gott leute oh mein gott leute nee leute nein nein alles klar oh mein gott leute oh mein gott leute ich bin jetzt schon über eine million Leute ich bin jetzt schon über eine million Leute ich will ja nichts sagen Leute aber ey Leute ich glaube das ist mein lieblings zuschauer ey grüße gehen raus an dich ehre man wollen wir einfach durchlaufen hier leute ich glaube heute ist das projekt noch zu ende jetzt hole ich alle raus das ist nicht so krass schnell okay okay ich bin ja schon ähm jetzt ist oh mein gott hast du schon gestartet ähm ja oh mein gott leute das ist größter ehrenmann leute schreibt alle hashtag groß der ehre also größter ehrenmann leute bei gott ich kann jetzt einfach durchwaschen leute aber leute ich mache es noch nicht einfach durchgehen einfach alles kaufen leute ich glaube das projekt ist heute zu ende falls euch jetzt denkt ich kaufe noch nicht alles leute und zwar werde ich wahrscheinlich dass alles gleich ein bisschen mit den teilen lecktes moment auch ein bisschen was so krass one hit alles leute ich lasst ja alles leute wirklich hersteller mann gekommen ist äh ich gehe jetzt zurück zum spawnen und ja holen wir doch mal ein paar eier leute eigentlich habe ich mir nur so vorgenommen meine eigenen und alles so zu nutzen nur meine eigenen pats und alles und dann kommt er leute ja okay ich bin ja mal alles hier bitte leute ich glaube das waren seine besten pets kann das sein ja auf jeden fall leute haste gehören die kommis und leute grüße gehen wie gesagt auch raus und jeden kerl oder nach mädchen ich weiß ja nicht was das ist ähm ja leute verfolgt er mich jetzt ist das witzig hat er was ähm danke äh ja leute ich wollte mal sagen ich bin offiziell reich ich kaufe mir leute mal gucken was ist das teuerste ich habe 94 millionen also so teuer kann das ja gar nicht so ein nein spaß leider ist wahrscheinlich das teuerste ich überspringe alles das wird schon teuer noch teuer noch teuer noch teuer ähm hey leute ich habe einfach nicht genug gold das könnte ich mir aber eventuell holen leute ja es ist krass leute electric ghost ey leute ähm ich wollte mal sagen ich schläge mal alle zurück bis auf ihn und ihn leute nur die zwei jetzt will ich mal gucken wenn du in wenn du in ist es wenn du in wenn du in wieso äh ich habe keine ahnung was er schreiben wollte wenn du herrscher 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 was bist hä leute ich bin gerade über äh strapaziert leute schreibt eure vermutlich jetzt mal in die kommentare ja bald was was bald was bald hä was meint er mit bald Leute also du musst bald sein aber nicht so weit okay ey Leute schreibt mal eure Vermutungen in die Kommentare was er meint ähm ja Leute wir sehen uns gleich wieder Leute ey Leute hier war gerade eben so eine richtig große ähm krasse Kiste jetzt habe ich einfach so viel mal gucken Leute wie viel denkt ihr oh mein Gott meine Kiste er hat einen Hit gebraucht um das Teil auseinander zu nehmen er denkt sich auch nur so what er ist gerade mal hier Leute und ich übelster Vorsprung cheating nein Spaß Leute so Leute ich habe so viel Geld ich bin schon wieder reich Leute schreibt was wie viel Geld habe ich also wie viel Gold was ist eure Vermutung oh oh ist das geil Leute oh man das ist das ist hier noch gar nichts gegen mein Gold Leute oh mein Gott ist das oh Leute Leute ich versuche mal so viel Gold wie es auch nur geht zu sammeln und deshalb sehen wir uns gleich wieder ja Leute er hat jetzt geschrieben komm mal ich öffne noch schnell die und die Münze ich komme hinterher Leute was will er mir zeigen öffnet ihr mal das oh mein Gott bin ich steinreich oh mein Gott Leute what doch ich lasse dich danke danke Bruder aha ist das geil ich werde jetzt erstmal fahren Leute dann sehen wir uns doch gleich wieder also Leute hier sind nicht alle zu wechseln ey ich habe jetzt nicht also ich habe jetzt alle meine Pads ausgerüstet die ich so eigentlich habe danach kommt okay ey Leute ich bin jetzt keine Ahnung wie weit schon bei Kristall Dunkelkristall ich gehe gleich weiter und hoffe das nächste ich habe glaube ich 52 Billion 6 196 äh Millionen 981 535 jetzt ist deutlich mehr ähm irgendwie jetzt habe ich 87 Billion 693 Millionen 535 15504 Gold glaube ich ja okay Leute ich bin immer noch reich sag nicht das oh danke Leute es gibt mehr Eier es gibt mehr Eier was ist auf jeden Fall Leute dann würde ich mal sagen hier ist das Video auch an der Stelle beendet ähm falls ihr eine Fortsetzung wollt würde ich mal sagen schaffen wir 5 Likes auf das Video äh kommt die Fortsetzung davon ähm okay äh Leute scha sagen wir mal ähm ich mache eine ähm gut Leute schaffen wir 5 Likes auf das Video achso ich habe mich bereit gedrückt ähm dann kommt die Fortsetzung Leute aber ja wenn der Handel äh abgeschlossen ist würde ich auch mal sagen danke dass du machst Handel mhm mhm danke 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 so auf jeden Fall Leute ähm das sind glaube ich ne die sind nicht so gut wie der eine ähm ist jetzt aber auch egal so Leute äh wenn ihr eine Fortsetzung wollt 5 Likes wie gesagt äh dann ist hiermit auch das Video beendet ab hier wird schwer ähm ja okay dann würde ich auch mal sagen das Video ist beendet Leute 5 Likes dann kommt die Fortsetzung und ansonsten ähm komm wie ich beendet die Fortsetzung 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 1-2 Leute morgen 12 what naja auf jeden Fall lasst auf jeden Fall ein Like da ja Leute er sagt sogar lasst also 5 Likes 5 Likes Leute und dann was ist das schon wieder wollen wir schnell mit dem Tag wieder so klein egal Leute ähm ja 5 Likes Leute dann kommt die Fortsetzung ansonsten kommt morgen die Fortsetzung 12 Uhr und ja dann ciao Leute bis zum nächsten Mal